Herzlich Willkommen am einzigen Ort der Wahrheit in der Welt! Nur Naturwissenschaften bringen uns die Wahrheit und das in einer Welt der Verschwörungstheorien, der sonstigen Irrtümer. Ja, ich weiß, jetzt werden wieder viele meckern, weil all die Leute mit den kleinen Gehirnen, die sind natürlich die Größten und die Klügsten und die Schönsten und so weiter. Dieser Größenwahnsinn ist ja so weit verbreitet in unserer Welt sozusagen, ja. Aber wissen Sie, bevor Sie sich für klug halten, sollten Sie erst mal 40 Jahre, 50 Jahre Wissenschaft machen und die Wissenschaft daraufhin analysieren, also Recherche in der Wissenschaft machen, welche Hinweise es sozusagen gibt, sozusagen für ein, wie man besseres Staatsmanagement machen könnte. Und wenn Sie dann mal so 40 Jahre hinter sich haben, dann können Sie sagen, ja, ich weiß was. Ja, ansonsten ist es einfach nur eine Form von Größenwahnsinn von Menschen mit kleinen Gehirnen. Und wir haben ja, sagen ja, Deutschland ist wahrscheinlich schon in einem unaufhaltsamen Aussterbeprozess sozusagen, einem unaufhaltsamen Niedergang begriffen, so wie das Römische Reich. Also Deutschland ist schon tot und weiß es noch nicht. Das Römische Reich war schon lange vorher, bevor er es selbst wusste, weil solche Aussterbensprozesse haben dann irgendwann einen Point of No Return erreicht, einen, man könnte auch sagen, einen Kipppunkt erreicht, ab dem nichts mehr möglich ist. Bitte unten rechts schneller stellen, denn ich rede jetzt wieder so langsam. Ja, und dann hier heute die wissenschaftlichen Tagesthemen, Denkfehler bei Corona, Thilo Sarrazin, Markus Krall, Greta Thunberg, Donald Trump, Fridays for Future und so weiter. Also wir machen ja im deutschsprachigen Raum jetzt nicht mehr viel, sondern wir verweisen auf die vorige Sendung. Ich glaube, die 607 ist das in Englisch. Ja, wer klug ist, kann auch so ein bisschen Englisch verstehen. Und da ist die Hauptsendung. Und für Deutschland machen wir ja nur noch mal immer nur noch so Kurzsendungen. Ja, machen wir dann also erst mal das Tagesbild richten. Ja, das ist aber falsch hier. Ja, so, das ist das Tagesbild. Und ja, also. Wir müssen ganz klar sagen, so scharf wir auch Dr. Markus Krall und Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera und Professor Hans-Werner Sinn und wie sie alle heißen, so scharf wir sie auch kritisieren. Wir sagen ja immer wieder ein paar kleine Wahrheiten oder wenigstens Teilwahrheiten haben sie und sonst würden wir uns gar nicht mit ihnen beschäftigen. Wenn das irgendwelche Leute wären, die also die einen Irrtum nach dem anderen raushauen, dann würden wir uns gar nicht mit ihnen beschäftigen. Also das heißt, diese Beschäftigung ist auch ein Lob für wenigstens Teilwahrheiten und Schluck Wasser und Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera müssen wir es hoch anrechnen, dass sie sozusagen insofern mit den NextScientistsForFuture.de gehen, dass sie quasi auch letztendlich plädieren für eine evolutionsbiologische Politikwissenschaft und für eine neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre. Nur der Unterschied ist, dass die NextScientistsForFuture das schon längst fertig haben. Also diese, die haben die neue, also die evolutionsbiologische Politikwissenschaft fertig und eine Politikwissenschaft, die nicht evolutionsbiologisch ist, ist eben nur eine Pseudowissenschaft und ist gar keine Wissenschaft. Genauso ist eine Volkswirtschaftslehre, die nicht evolutionsbiologisch fundiert ist, also keine Naturwissenschaftliche, keine NVWL ist, ist eben auch keine Wissenschaft. Das bedeutet nicht, dass nicht Professor Hans-Werner Sinn und so weiter, Professor Truger, dass die nicht einige Teilwahrheiten äußern. Deswegen schätzen wir sie ja auch oder behandeln sie überhaupt. Aber wir müssen eben auch sagen, dass Thilo Sarrazin in seinem ganzen Grunddenkansatz eben nicht wirklich evolutionsbiologisch ist, sondern deutschtümelnd und deutschkulturtümelnd und so weiter. Ja, man muss ganz klar sagen, die Deutschen, Herr Sarrazin, akzeptieren sie doch einfach, dass die Deutschen am Ende sind. Ja? Sie sind nicht mehr klug genug, dafür zu sorgen, zu sorgen für Asylanlagen, in denen die Leute Hilfe bekommen, aber niemals den Boden Deutschlands oder Europas betreten dürfen. Die sind nicht klug genug dafür, dass die klugen Kinder, bekommen in Deutschland, sondern sie sorgen nur noch dafür, dass die nicht klugen viele Kinder bekommen in Deutschland. Ja? Und sie sorgen nicht für eine ausreichende gezielte und gelenkte Einwanderung der Klügsten. Das könnte man in den Asylanlagen machen. Das also eine Abteilung ist Einwanderungsabteilung nach Deutschland. Dort müssen die Leute ihre Qualifikationen nachweisen und dort kann man dann durch Online-Konferenzen sozusagen Gespräche mit deutschen Firmen haben. Und wenn die deutschen Firmen oder Universitäten Interesse an diesen Leuten haben, dann können sie gerne einwandern, egal ob aus Afrika oder aus Neuseeland oder egal woher. Hauptsache alle Klugen nach Deutschland. Denn nur so können wir wieder wirtschaftlich erstarken. Ja? Dann ist Deutschland nicht mehr klug genug dafür, es zu schaffen, dass es keinerlei Kinder der weniger Klugen mehr gibt. Deutschland ist auch nicht klug genug dafür, zu sorgen, eben, ja, also für all diese Dinge ist Deutschland nicht mehr klug genug dafür zu sorgen. Deutschland ist nicht mehr klug genug für einen vernünftigen Grenzenschutz. Und Deutschland ist nicht mehr klug genug für Selbstverteidigung, für Notwehr. Deutschland hat keinen Rechtsstaat mehr, weswegen ja auch einige der 20 Reformen sich mit der jetzt sozusagen Rechtsstaatsreform beschäftigen. Ja? Ja, Deutschland ist nicht mehr klug genug für einen gesunden Altruismus. Jedes gesunde Lebewesen schenkt immer nur an Träger der eigenen Gene und Programme. Ja? Und wenn jemand zu wenig mit einem selber verwandt ist, dann hört das Schenken auf. Das ist der gesunde Altruismus, der ja kombiniert ist dann mit dem gesunden Egoismus. Ja? Sondern Deutschland ist rübergerutscht in einen unklugen, naiven, generellen Altruismus. Ja? Und ja, und das alles ist dann sozusagen, dass Deutschland ein sicherer Kandidat fürs Aussterben ist und jetzt den Weg des Römischen Reiches gehen wird. Ja? Ja. Und dann, ja, noch mal kurz der Hinweis, auch in der englischen Sendung, also wir denken ja als Wissenschaftler auch gerne in Kontrollgruppen. Ja? Wir haben bei Corona harte Lockdowns wie in Peru und haben extrem hohe Zahlen an sogenannten Corona-Toten. Und wir haben in Weißrussland Null-Lockdown, das ist die Kontrollgruppe. Wir haben mit Schweden eine halbe Kontrollgruppe und wir haben mit den Klein-Weißrusslands, Klein-Belarus, haben wir noch kleine Kontrollgruppen, nämlich Black Lives Matter Demos ohne Abstand, ohne Masken und so weiter. Und die Corona-Demos, wo die Leute sich weigern, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Und jetzt müssten eigentlich diese kleinen Weißrusslands müssten viele, viele sterbende alte Menschen zur Folge gehabt haben. Und man müsste also in einem bestimmten Abstand nach diesen Demonstrationen ja Massen an Toten oder erst mal von an Schwerkranken und dann an Toten finden. Ist aber irgendwie nicht. Und Weißrussland mit unter 800 sogenannten Corona-Toten, das spricht dafür, dass, also Schweden, wenn wir Schweden dazu nehmen, das spricht alles dafür, dass wir es nicht mit einem Killer-Virus zu tun haben, der also noch Massen töten könnte, sondern mit einer kräftigen, maximal mit einer sehr kräftigen Grippe und die also keinerlei Lockdown und Shutdown jemals rechtfertigen konnte. Ja. Und sozusagen, also wir sprechen viel zu wenig über diese Kontrollgruppenthematik. Ja. Denn das ist ja eigentlich die Arbeit in der Wissenschaft. Denn die Daten so intern, man versucht natürlich auch innerhalb Deutschlands immer wieder überlegt man, ob man dann wieder so ein Verhältnis zwischen, also Kontrollgruppe und Maßnahmengruppe und Lockdown-Gruppe immer irgendwie herstellen kann und interne Vergleichbarkeiten zu schaffen. Aber das ist alles etwas schwierig und verwirrend und das versteht die Masse der Bevölkerung nicht. Ich glaube, die Masse der Bevölkerung versteht es einfacher, wenn man sagt, zum Glück haben wir mit Weißrussland in Europa eine echte Kontrollgruppe. Null Lockdown, null Shutdown, gar nichts. Und die geringsten Toten mit, also wahrscheinlich die geringsten Totenzahlen weltweit. Und das bedeutet dann letztendlich, ja, dass das Ganze ein riesiger Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum ist. Ja. Also wir sollten viel mehr über Kontrollgruppen sprechen, ja. Ja. Dann hat jemand eine Mail geschickt, ja, sozusagen eine sogenannte Fan-Mail, wie er es selbst genannt hat. Wir wollen doch alle das Gleiche und Sie sollten das, Sie sind bestimmt schon dabei mit Greta Thunberg und Fridays for Future zu sprechen. Ja, da habe ich geantwortet, ja, seit 16 Monaten versuchen wir verzweifelt. Verzweifelt versuchen wir, den Kontakt herzustellen zu Luisa, Greta, Carla, Jakob Blasel und so weiter. Und die verstehen das aber einfach nicht, ja. Das ist halt einfach so. Diese jungen Leute haben ein extremes, die sind eigentlich ein Beispiel für unsere deutsche Bildungskatastrophe, ja. Ja, deswegen brauchen wir ja auch die Bildungsreform sozusagen, der nextscientistforfuture.de, weil da sieht man es eben. Extremes Bildungsdefizit, extremes, ja, extremer Wissensmangel, gepaart mit dem Gedanken, wir wissen alles und wir wissen, wie alles ist und wir wissen, dass Professoren, die über 50 Jahre über Staatsmanagement nachgedacht haben, dass die natürlich nichts können, denn wir können alles, ja. Und wir kommen da nicht ran. Also die werden nichts, die werden am Ende als gescheiterte Bewegung in die Geschichte eingehen, weil sie nichts erreichen konnten, weil sie gar keine Ahnung haben, wo man ansetzen muss. Und mit den Leuten, die es können, mit den nextscientistforfuture.de nicht zusammenarbeiten wollen, ja. Ja, vielleicht muss man auch noch darüber nachdenken. Also wenn man aus aller Welt, aus Afrika und überall die Klügsten als Einwanderer nach Deutschland und Europa reinholt, ja, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man so etwas macht wie ein ein Gesetz, das die nur mit einheimischen Kinder haben dürfen, ja, denn das, dann, dann wären wir den Anfängen, denn jede kleine Parallelgesellschaft, die entsteht, kann ruinös werden, sozusagen, ja. Also sozusagen, wir wollen, dass die klugen Einwanderer aus aller Welt zu uns kommen, dass sie dann mit einheimischen Kinder haben und dadurch reduziert sich auch das Problem, dass natürlich jemand, der aus Afrika kommt, genetisch minimal anders ist und teilangepasst ist an seine Region, sozusagen, und er geht jetzt dann in eine andere Region und da kann er gesundheitliche Schäden entwickeln aufgrund der Nichtpassung seiner Gene zu der Region. Und wenn dann aber die Kinder, die Kinder sind dann schon halb angepasst, die Enkelkinder sind dann schon dreiviertel angepasst und so weiter, sodass also sozusagen, ja, letztendlich sozusagen, wir jede Form von Parallelgesellschaft vielleicht durch Gesetz verhindern, indem es Gesetz ist, Kinder dürfen Einwanderer nur mit Einheimischen haben, na, wäre doch eine Idee, über die man mal diskutieren könnte, ja. Ja, ansonsten verweise ich auf die vorherige Sendung in Englisch, alles Wichtige in Englisch. Wie gesagt, ich kann nicht weiter, wir können hier nicht weiter Sendungen machen für Deutschsprachige, wenn das Deutschsprachige Römische Reich sozusagen schon dem Untergang geweiht ist, was sollen wir für Tote reden, also die nur noch nicht wissen, dass sie schon tot sind, ne. Ja, dann haben wir das für heute, also noch die, ah ja, die Tagesthemen. Ja, also wie gesagt, Corona, Kontroll, in Kontrollgruppen denken muss, muss noch dazu kommen. Und ja, über Donald Trump müssen wir sprechen noch und über die Gross, alles andere haben wir ja schon abgehakt. Ja, Donald Trump, der ist ja total umstritten, ja, aber der entscheidende Gedanke, der ihm fehlt und natürlich auch Markus Krall fehlt, ist eben, dass die Erkenntnis, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung unbedingt beendet werden müssen, dass also sozusagen Leute, die Wahrheiten im Kopf haben, finanziell mehr belohnt werden, als die, die Irrtümer im Kopf haben, mit denen sie uns allen schaden, ja. Also das heißt, dass wir die Gewinn-, die Vorteilbringenden Irrtümer zum Aussterben bringen müssen und die, und quasi in Zukunft nur noch Wahrheiten belohnen dürfen, wodurch die dann zu Vorteilbringenden Wahrheiten werden, die uns alle nutzen, ne. Und das Grundproblem haben diese beiden ja nicht verstanden, Kralle und Trump. Und damit können sie natürlich nichts Gutes für ihre Länder, für die Zukunft tun, ja. Und die Gross-Konzepte post Wachstum, Professor Nico Pech, das ist also sozusagen dieser Appell, also das ist, wie gesagt, dieser Appell letztendlich an den Heroinsüchtigen, lebt doch mal mit weniger Heroin, das ist schöner, ja. Das wird genauso verabprallen an unseren konsumsüchtigen, kaufsüchtigen, shoppingsüchtigen Bürgern genauso abprallen, wie es an dem Heroinsüchtigen ganz selbstverständlich abprallen würde. Ja, also wie gesagt, alles Wichtige nur noch in den englischen Sendungen, also die englische Sendung vorher ist die heutige. Und ja, das war es mal wieder mit unserem Restzugeständnis an den sowieso aussterbenden und kaputtgehenden deutschsprachigen Raum. Tschüssi, bis bald!